Spiro, die Götzenköpfe, die wir schnitzen, sind lebendig. Sie haben uns aus unseren Tempeln ausgesperrt und unser Essen gestohlen. Spiro, die wir schnitzen, sind wir schnitzen. 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 Um die Kamera nach links oder rechts zu bewegen, drückt die L2 oder R2-Taste. Spiro, die wir schnitzen, sind wir schnitzen. Spiro, die wir schnitzen, sind wir schnitzen, sind wir schnitzen, sind wir schnitzen, sind wir schnitzen. Spiro, du bist ganz schön hart. Wenn du jemals einen festen Job brauchst, haben wir hier einen Platz für dich. Nimm jetzt erst mal diesen Talisman. already, schnitzen, kurz Darkness. Ich bin jetzt schon mal hier dran. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sieh dir das an! Der Regentanz der Hula-Mädchen hat den Götzen wie eine Kerze ausgepustet Nun kann ich Tänzerin werden, wie ich es mir erträumt habe Nimm diese Kugel, sie könnte dir helfen, weiterzukommen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin hier mit unserem ganzen Werkzeug eingeschlossen. Und die riesigen Götzenköpfe lassen die Arbeiter erst rein, wenn wir die drei Aufgaben lösen, die sie uns gestellt haben. Die erste Aufgabe ist, diese Blöcke gelb zu machen. Wenn du Probleme hast, komm und sprich mit mir. Die erste Aufgabe ist, diese Blöcke gelb zu machen. Die erste Aufgabe ist, diese Blöcke gelb zu machen. Die erste Aufgabe ist, diese Blöcke gelbte in den Weg. Untertitelung des ZDF, 2020